Kondorman Er ist ein Agent der CIA! Er ist ein alberner Komik-Heftschreiber! Durch seinen Erfolg bei Frauen zieht er ständig den Neid anderer Männer auf sich. Kondorman ist immer einen Zahn schneller, was unangenehme Folgen haben kann. Kondorman Ja, Kondorman. Der Verteidiger der westlichen Welt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, Kondorman Ja, Kondorman Ja, Kondorman Ja, Kondorman Ja, Kondorman Ja, Kondorman Ja